Wir sind auf dem Gebiet des Stadtbahnhofs und zwar schauen wir direkt auf den Zwischenangriff. Der ist schon ein bisschen in die Tiefe gegangen und hat entsprechende Stützwände ringsum. Und was noch viel interessanter ist hier, der Aufbau vom Portalkran zur Umladung der Container von LKW auf Schiene. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Danke fürs Zuschauen, ciao!